So... Nein! So... So jetzt bitte nicht aus... Drücken... Oh shit! Oh! Das ist der Mainframe? Okay... Okay... Ah, ich sehe gerade, glaube ich, was los ist. Hier unten. Das muss dorthin. Den kann ich nicht verschieben, weil der feststeckt in ihm. Und jetzt. Also, der war richtig. Aber als allererstes der hier. Ich finde das cool, wie er mal... Na super. Oh, ach, da darf ich nicht raufspringen. Schade. Ich finde das cool, wie er halt wirklich dafür steht, dass wir die Perfektion sind und alles. Ich meine, das ist ja auch verständlich, ne? Ah, Idee. Erst den rüber. Dann. Den. Hä? Den hoch. Und jetzt wieder... Den zurück. Ah, genau. Die leuchten sogar, wenn sie richtig sind, weiß. Ach so, das... Oh, gut. Oh, look what they have done to your protocols. Oh, Gott. Was ist das? Was ist es ein Wichtig? Ja. Von den... und holt sie alle auf einen einzigen Streik. Ziele mit dem Cursor? Ich kann das gar nicht alles sehen. Ziele mit dem Cursor auf Feinde Reichwert und drücke... Versuche alle drei Feinde gleichzeitig? Wie soll ich das denn hinkriegen? Kann ich das vielleicht so machen und dann... Achso, welche Taste muss ich drücken? Links klicken? Achso, falsche Taste gedrückt. Perfekte Form. Okay. Once more. Take a breath. Picture your destination. Go! Moment, ganz kurz nochmal. Take a breath. Ja! Du hast sie! The enemies won't line up for you. Adaptate zu ihren Bewegungen. Splendid! Splendid! Cool. Du 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 du. Du kannst sogar diese Technik machen, um guckst durchس reflexesopodislike. Kiles, gib's it a try. Oh, this? Very convenient, is it not? Isn't it? Yes, it is. Du, 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 du. Jetzt kommen wieder diese tollen kurzen Ladebildschirme. Ja. Wir? Let me put it another way. I cannot exist without Cyber Void. And you cannot exist without me. Fine. Kümmer dich um die Schlüsselmeisterwache in... äh dem... äh gebüt. Okay. Fuck you! Nein! Ach, das Teil hat auch nen... lol. Okay. Äh... Da hinten muss ich hin. Das war doof. Das... ging. Das war auch doof. Restart. Okay. So. Okay. Okay. Nein. Da hat er sich wieder zum Beispiel an die Wand ran gebabbt. Ach, da hinten war noch einer. Verdammt. Den habe ich nicht gesehen. Ich verstehe aber nicht ganz, warum... was ist denn mit der Blitzfähigkeit jetzt... Kann ich die nicht benutzen oder was ist damit? Oder lädt die sich mit Kills auf oder wie sieht das aus? Beziehungsweise mit Hits wenn dann... So... Oh, fuck you! No, fuck you! Hey! That wasn't good! I didn't like that! Baaah! Jetzt kommen die Fehler! Da. Also hier lang. Dort lang. Den kaputt. Den kaputt. Den kaputt. Den... Äh... Dahin. Dahin. Jetzt geh doch da hoch! So. Äh... Komm! Da dachte ich, benutze ich das einfach mal. Hat nicht geklappt. Huch! Du hast ja eine neue Spezialfähigkeit gestellt. Du benutzt Fokus, um Spezialfähigkeiten einzusetzen. Fokus wird nach der Zeit passiv regeneriert. Du kannst ihn aber auch aktiv durch das Töten von Gegnern halten. Das hier ist die passive Regenerationsrate. Okay. Äh, was haben wir hier? Blitz hat eine deutlich höhere Reichweite. Das bräuchten wir. Warte mal kurz. Ich dachte schon, das kann ich jetzt hier reinsetzen. Das wäre cool gewesen. Ähm... Blitz hat einen deutlichen Wirkungsbereich um seinen Zielferderum. Äh... Kurz nach dem Einsatz von Blitz kann er ein weiteres Mal ausgelöst werden. So... Nochmal. Warum... Mach der nicht wie ich... Ich mag das nicht, dass der einen automatisch an die Wand immer ranbappt. Genau das. So... Ach... Das wäre auch knapp geworden. Deswegen... Äh... Und der da noch. Puh... Ah... Das war doof. Das steht da bei Mayonnaise. Alles klar. Oh... Ahem... You can expect more competent folks as we go move up higher to the tower. Ich... Ha... 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 Oh... Double kill. Okay... Aufpassen. Ah... Ich sehe nichts. Nein... Das war so gut. Okay... Nein... So... Oh... Das war doof. Hab gewartet bis ich rechtzeitig ankam und dann anstatt links klick rechts klick gedrückt. So muss das sein. Na... Oh... Ich bin Profi-Gamer. Ähm... Merkt man mal. Ach man... So... So... Und... Du als letztes noch. Und... Das heißt... Ich bin grad in die... In das Projektil rein. Alles klar. Ja... Das musste ich so retten. Egal. Okay... Das war... Die war... Äh... Doomed to fail. Und das... Also... Die sind echt gut, äh... Und das... Also... Die sind echt gut, äh... Wollt schon sagen. Wollt schon sagen. Man... Come on... Komm... Hier hin! Zach! Hier hin! Zach! Hier hin! So, hier hin. Wie soll ich da hinkommen? Ich habe, glaube ich, eine Idee. Wenn ich jetzt... Ah, egal. Kann ich nicht machen. Das meine ich. Guck mal, man kann ja nicht vorbei. Nochmal. Ja, ist klar. Ist klar. Ich stoppe gleich mal running. Da hast du deinen Stop Running. Nein! Okay, das geht noch schlechter. Also, einfach nur... Nein! Oh, bin ich schlecht. Das war mal gut. Oh, das war mal. Ah! Es wird da sein. Okay. Erstmal finden wo man hin muss. Das sind ja... hui! Okay einer ist dort hinten. Der nächste... Ah! Nein! Okay erstmal den hier anscheinend. Nein! Okay das war... Suboptimal. Okay pass auf, ich geh doch erstmal links lang. Das ist... ...ein bisschen einfacher. So, jetzt hier lang. So, und jetzt den hier. Hm. Äh. Let's find a way. Okay. So, jetzt müsste ich den irgendwie... Sind die denn alle? Hier ist einer. Gut, der ist weg. Und schieße. Der ist auch weg. Den mache ich mit... Ach Scheiße. Den mache ich hier mit. Da... Jetzt nimmt... Okay der in der Mitte muss der letzte sein. Unbedingt. Ja. Und hier geh ich zuerst lang. Erst das kaputt. Dann der hier. Und jetzt schließlich der. So. Jetzt die... Zu den Gegnern. Den mache ich wie schon vorhin. Von hier oben. Hä? Alter. Was war das denn? So. Oh. Ja gut, nochmal. Ja. Warum nimmt der immer die falschen? Naja egal. Nicht so schlimm. Jetzt hier hin. Da hin. WAP. Okay. Der ist schon mal. Okay, weiter geht es. Der zweite ist... Der hinten. Ok. Der dritte ist erstmal nicht der. Den lasse ich erstmal aus. Oh, ein Sekret. Moment mal. Das sollte mir eigentlich angezeigt werden. Selbst kurz nach dem Knall war Kaffee schwer zu bekommen. Heutzutage ist es ein Grund zum Feiern, wenn man etwas findet. Das mir am entferntesten daran erinnert. Die meisten Basisbewohner trinken ihn nur zu besonderen Anlässen. Die sollten aber eigentlich angezeigt werden, die Sammelobjekte. Da ist ein Hühnchen. Ok, der ist der letzte. Den werde ich ja so töten. Oh, hier sind wir wieder. Cool. Das war, glaube ich, der Anfang. Die Basis ist Dharma's Fondation. In mehr als ein Zehn. Es ist die Leidenschaft der Tauern. In der Golden Age, es gab genug Zutaten, die hier produziert sind, um alle die Räsen. Natürlich, die Oberfläche hatten bestimmte Privilegungen. Oh. Okay. Okay. Die haben einfach die Matrixbegriffe geklaut. Oh, warte mal kurz. Neue Gegenstände erhalten. Ist das ein neues Schwert oder was? Oh. Ah, das ist ein neues Schwert. Ah, ich finde das immer noch cooler. Überleg mal, der Schlüsselmeister, der Architekt, das sind einfach alles diese Begriffe. Level abgeschlossen. 82 Tode. Alter. Wir haben beide Artefakte, eine Tonaufnahme und ein Schwert. Ja, gut. Also, ich sag mal, mit der Session bin ich erstmal durch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Äh, Daumen und so weiter. Kennt ihr ja alles. Daumen, Kommentar, abonnieren. 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 Danke. Tschüss. Bye, bye.